Die Misere in Wort und Bild Ihr habt es doch vernommen, mein Geburtstag war gekommen. Ein Maikäfer, ihr braucht nicht zu lachen, der wollte bei mir Aufwartung machen. Mir gratulieren, alles Gute wünschen, doch das ging für ihn in die Binsen. Da lag er nun auf seinem Rücken, das war für ihn nicht zum Entzücken. Ihm habe ich wieder auf die Nase dann. Nun ist er fort, der gratulanten Mann. Doch was mein Auge dann erblickte, das war gar eine üble Geschichte. Ich sah auf dem Gartentisch die Erdbeertorte. Wie die aussah, mir fehlten einfach die Worte. Auf der Decke, auf dem Boden, lagen sie umher, die schönen Erdbeeren. Die will keiner mehr. Die Tortenabdeckung, auch auf dem Boden. Wer war das nur? Eine Katze mit Pfoten, und die kann es nur allein gewesen sein. Wie bekomme ich nur die Tischdecke rein? Mein Mann, der Gute, half wie immer brav. Was war ich doch für ein dummes Schaf, nie und nimmer stelle ich Torte draußen hin. Das habe ich jetzt verstanden. Das ist mein Gewinn.